hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge vitigo property guides in hurgada heute haben wir ein ganz besonderes apartment für euch vorbereitet in einem ganz besonderen resort nämlich dem jungle resort in magawish lasst uns keine zeit verlieren gehen wir los let's go dieses apartment hat zwei schlafzimmer auf 130 quadratmetern zwei badezimmer zwei terrassen befindet sich auf pool level das heißt man hat direkten zugang zum pool zur bar und so ein ein dienstleistungen im resort wir haben die möglichkeit dieses apartment voll möbliert oder ohne möbel zu verkaufen schauen wir uns mal an was wir haben wunderbarer küche elektrogeräte alles installiert ein badezimmer für gäste und dann geht es auch weiter mit dem wohn und essbereich sehr großzügig gestaltet man hat hier natürlich sehr viel platz ausreichend platz zum leben zum aufhalten es wird nicht zu sein klimaanlagen sind schon installiert gehen wir weiter zu den schlafzimmer wie gesagt davon haben wir zwei in diesem apartment ein master schlafzimmer das bedeutet mit eigenem bad schauen wir uns das mal an hier haben wir auch ein sehr großzügiges wunderschönes master schlafzimmer mit einem möbeln ein ausstattungsmerkmal einem eigenen badezimmer mit wunderbar und unikalem design gehen wir weiter ins nächste zimmer auch dieses zimmer wunderbar gelegen eignet sich als gäst zimmer man kann es aber auch als arbeitszimmer verwenden als kreativen raum was hier in diesem resort sowieso sehr mitkommt wir haben eine eigene terrasse mit wunderbaren großen schiebetüren die terrasse von außen sonst nicht zugänglich als nur von diesem zimmer nur von diesem appartement hier kann man sich auch botanisch betätigen so gehen wir noch einmal kurz rückwärts durch die ganze wohnung auch hier haben wir klimaanlage installiert schauen wir noch einmal kurz rein bevor wir dann endgültig die wohnung belassen und noch einmal die zweite terrasse hervorheben wie gesagt eine schöne küche mit allem was man braucht voll ausgestattet einen kleinen bad für die gemeinschaftliche nutzung oder für die alltägliche nutzung ausreichend groß geschnittener großzügiger wohnbereich also eine wunderbare wohnung eine einmalige möglichkeit sich etwas zu nehmen und direkt einzuziehen und zu leben und zu genießen werfen wir noch einen blick auf den ein und ausgangsbereich der auch die terrasse mit einschließt die äußere terrasse und natürlich auf den hauseigenen pool geht und die bar die natürlich auch getränke anbietet und die ein treffpunkt für die ganze gesamte community hier darstellt in einem anderen video von uns werdet ihr könnt ihr euch das projekt selbst noch mal im detail anschauen da werden wir da noch mal alle einzelheiten erklären was hier die vorzüge sind was hier so besonders am jungle ist und wir freuen uns schon auf euren anruf bis bald tschau